denn wenn ich das auto habe dann kann ich ja sozusagen von hinten angreifen und die wegsnipern oder plan aber bei diesen älteren spielen ist es halt einmal manchmal so dass man mit trial aber auch mal vorwärts kommen muss das ist einfach so jetzt fliegt sofort los wieso ja kommt lieber weg das war ein beschissener anfang leute weglaufen und rennt doch mal bitte weg ausgewählt ach so ich habe natürlich auch nicht nach bin ich manchmal zwei fliehen bitte nicht fliehen lassen ich darf da unten also niemanden weglassen weil das irgendwie glückssache ich brauche das auto davon hängt das ab ausgewählt denn wenn der eine typ flieht ich kann ja mal wie lang gehen das auto steht auf der rechten seite gleich ausgewählt ich bin nochmal vermittelt bis dahin ausgewählt ja von mir aus auch so das ist der mit der blöden bombe weg ich könnte auch zurückschießen sie brauchen die bloß so lange die waffen besser unfassbar ich meine was laden die danach müssen die kanun und kugeln es gießen nein jetzt haut er schon wieder ab so ich habe zumindest die alle aufgehalten sagt mir jetzt bitte dass hier keiner hinrennt und was legt dass der sehr zuvorkommt anstrengend eine sehr sehr anstrengende schon aber ich weiß jetzt wie ich das machen kann und so werde ich es auch machen sehr schön jetzt kommen seine kollegen wieder da hätten wir noch keine hände ich gucke mal auf der mannig mit aber jetzt gibt es dann gleich wieder tohu wabohu einmal bitte nein das wollte ich gar nicht aber danke einmal energie auf laden ich traue den raten wir gar nicht wenn der da rum geht hat glaube ich raketenwerfer sehr schön der hier auch glaube ich Mist der da gerankt kommt auf den hier auf Leute Leute ich glaube das war derjenige der da mal hinrennt 0 wie sehr ich mir wünsche das jetzt irgendwie so die speichermöglichkeit bestände stünde stand die rosselt egal Alter achso ich kann ja mitnehmen zu verkaufen falls ich es denn schaffe Hä ich wollte gerade sagen von wo kam er jetzt schon wieder ist ja egal so jetzt einmal hier hin die hier oben schon mal weg juckeln oh nein weg 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 jungs nicht dass die hier die gebäude kaputt schießen die können sie gerne machen ja ich traue den auch überhaupt nicht nicht einmal ein stück weiter nach vorne bitte ähm alle bitte na bitte wieder ne na was soll es der weg und das heißt der raketenwerfer ist auch weg weg apropos raketenwerfer ausgewählt hier unten so monomodrat aber ich glaube den lasse ich da einfach mal ausgewählt geht geht doch mal bitte hier hin und zwar so ich muss die gebäude mal wieder weg machen ja wunderbar aber löst ja jetzt würde ich gerne mal den ausgewählt gerade hier sein weg machen ausgewählt nein da ist doch immer irgendwas und das ist ein sehr anstrengendes geräusch das ist nicht kurz vorm ende noch an einem sterben ich weiß nicht was das für ein geräusch ist das ist ein bisschen anstrengend ausgewählt nein nicht dahingehend so ich lade einfach mal wieder auf ach quatsch ausgewählt ähm ja dann können wir die kollegen da eigentlich holen ne aber ich meine mich zu erinnern da waren noch noch Leute oder mindestens einer drin und wenn ich das Gebäude kaputt macht dann gib wieder auf den Deckel bitte schön heißt ausgewählt geht er jetzt rein rein gehen nicht manchmal ich habe ja nur zwei maustassen aber da komme ich auch durcheinander so kann ich halt immer so rein mit eureka jungs einmal schießen oh das war die letzte ja dann Überzeugstrahler äh hoffen wir mal dass das jetzt ah ok jetzt muss ich den da oben äh mit der Station irgendwie in der Missionsbeschreibung stand dass die irgendwie intakt ist ich hoffe das funktioniert wirklich ich klicke da einfach mal hin guck mal meine Jungs machen die bewege sich schon mal hin das ist ein gutes Zeichen und ach geil hui hab ich den ist der gerade abgehauen ich fasse es nicht warte 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 wie machen meine ah jetzt kommt er zurück hab ich den jetzt eingenommen ja aber hä jetzt muss ich den anderen wieder was wollt ihr von mir Hallo? Aha. Okay, und jetzt ist der andere hier wieder drin. Verstehe einer, wer will. Ich passe es nicht. Auftrag erledigt. Alter, Enter. Sowas von. Alter. Ja, da, äh, mir vollkommen egal. Sofort gespeichert. Uh. Ui. Ja. Ja, schön. Die Atomgranate ist auch bald für Auto-Medipad. Monomoldraht, genau so ist das Ding. Ja, Atomgranate, da freuen wir uns immer noch. Die können wir wahrscheinlich sowieso nicht leisten. Aber das fällt mir ein. Ähm. Der gibt nur ein paar tausend. Auf weg. Aber die geben einiges. Ähm. Ich brauch die auch, glaube ich, nicht, oder? Ach, komm weg. Was soll der Geiz? Einfach mal weg damit. So. Der ist auch total nutzlos. Hau den Scheiß weg. So, was soll's. Dann kriegen die auch noch Midi-Kids. Und dann ist das... Wo sind die denn? Ja. Dann ist das ein bisschen ausgeglichen hier. Sniper. Und der hat denen das reicht. Gut, ähm. Ich glaube, das speichere ich noch mal kurz. Dann muss ich das nicht noch mal machen, falls das Spiel wieder abschmiert. So. Ja. Aber ich hätte auch Sinn auf lag. Obwohl, nee. Ähm. Ist das eine andere Map? Ja. Nee. Ist immer noch Rikia weg. Finden Sie heraus, was aus dem K3-Projekt geworden ist. Aktivieren Sie die IML-Verbindung nach Nook. Habe ich das nicht gemacht? Nook, durchkämmen Sie die Stadt. Gratuliere zu Ihren jüngsten Leistungen. Brodgar, es ist außerordentlich wichtig, dass Ihre Agenten den neuen Zugang zur transpolaren IML-Strecke taktisch ausnutzen. Schicken Sie Ihr Team nach Rikia-Wig, um die K3-Forschungsstation zu untersuchen. Es ist schwer vorherzusagen, was Sie dort vorführen werden, aber in Anbetracht der geheimen Forschung dort sollten Ihre Agenten äußerst vorsichtig verhalten lassen. Haben Sie Beweise für den derzeitigen Status des K3-Programms? Zusatzauftrag. Seitdem der Niedergang der Schiffsbütze... Ist doch doch... Das habe ich doch schon vorgelesen. Ach, das ist jetzt Nook. Das ist sozusagen der zweite Teil davon. Ach so. Errichte Drohnenverbindung. Ja, na, das geht ja gut los. Ausgewählt. Ausgewählt. Ähm. Warum fange ich da an? Das finde ich ein bisschen bedenklich. Oh, gut. Hallo. Hallo. Was haben die da? Ein Trenner. Okay. Und ich soll die Jungs jetzt hier eliminieren. Ich muss den B hier. Moment. Ach, jetzt kommen die schon angelatscht. Ähm. B... B ist da. Nein. Wird die gespielt. Fahr zurück. So. Enteckere ich einfach mal ein bisschen. Oh. Oh, oh. So, schnell weg. Die machen auch ganz schön Damage. Es ist. Wir vormachen die mir das Leben schwer. Und jetzt machen die so einen Blödsinn. Das ist so das. Nein, daneben. Oh. Oh, bitte. Oh, brennt einer. Und das war daneben, Jungs. Da unten kommen noch zwei. Hat der Raketenwiffer? Bitte, ich habe keinen Raketenwiffer. Das macht es kaum besser. Ich glaube, ich muss gleich landen. Ich lande doch einfach. Hopp. Was? Ach, dort noch mehr. Ja, gut. Zack. Ich sage, ihr kommt doch sowieso nicht da durch. Ich will doch nicht durch Zäune schießen. Ähm. Auf wen schießt ihr jetzt, Jungs? Okay, das kann ich mir machen. Irgendwie hakeln die hier ein bisschen. Ja, super. Huber Seil. Halt die doch mal ab jetzt. Jetzt schießen meine anderen drei wieder nicht. Das verstehe ich manchmal nicht. Und das ist auch gut, dass man ein bisschen. Nummer vier. Springt mir schon fast über den Jordan. Den Trenner wollte ich gar nicht. Oh, gut. Ach, da willst du. Hm, 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 hm. Ist das mein Auto? Nee. Nummer vier, du kannst ruhig mitschießen. Ach so, Nummer vier hat... Ja, danke. So. Und jetzt mal ein bisschen Ruhe. Irgendwer hat hier einen Trenner aufgenommen. Du nicht. Du nicht. Firmwaffe. Weißt du mal weg. Alles klar. Jetzt nimmt das hier mit. So, die Energie hat sich ein bisschen verflüchtet. Ich wollte jetzt nochmal B drücken. Denn hier... Wow. Das ist gar nicht mal so wenig, was hier so rumkreucht. Alter, auf dem Minimum. Alter. Äh. 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 Deswegen stehen hier auch gleich zwei Autos am Anfang. Na, supergeil. Ja, supergeil. pasó. Und zwar mal soONG.